Rich Neighborhoods in Tokio Das Ding ist, die sind, also Ähm, die, äh Nur weil die Leute Geld brauchen, ne Heißt das nicht, dass die, dass die, dass die unbedingt Gerne klauen wollen Ähm, also viele, viele Sind auch stolz darauf, dann halt eben Nicht zu klauen, so in der obdachlosen Community Äh, das macht man auch einfach nicht So, das fühlt sich, fühlt sich auch für die Leute nicht gut an Weil die sind schon auf der Straße und dann Ähm, wollen sie halt nicht Äh, ja, noch mehr Stress Kriegen und so Die sind auch meistens, also sind Sind eigentlich, ja, die sind Die sind auch eigentlich immer ganz lieb So Hier tun wirklich niemand was Ja, ach man Is das ein Fachwerkhaus? Das ist mein Fachwerkhaus In Tokyo Schön Was ich mag, was ich mag Ist das, dass das alles so Ähm So, in Tokyo irgendwie hat es so eine Unperfekte Perfektheit, ne Guck mal, hier kommt einfach ein Bo, ne, ne, ähm Ein Baum aus dem Boden Und dann hier die Straßenlaterne Und das Und dann ist das hier Und das Aber es ist irgendwie alles, alles so schön So, äh, so gepflegt Guck mal, auch hier, dass das dann zum Beispiel In solchen kleinen Dingern Bei uns wäre das einfach nur so eine Verkehrsinsel, ne Aber nein, in Tokyo gibt's hier kleine Blümchen drin So Also diese, diese Detail Diese Liebe zum Detail This is Denen Chofu It's based on the Garden City movement Created by Ebenezer Howard A British urban planner The man who was said to be the father of Japanese capitalism Was inspired to try the concept in Tokyo So he purchased and developed Denen Chofu in 1907 While Garden Cities were developed With the idea of having a classless society In reality, what happened Was that they became rather exclusive areas for the wealthy Denen Chofu is no exception And just a note I'm specifically talking about the San Chome area Located in Otauward It's easy to see from the sky Due to its distinctive radial pattern In Denen Chofu They have minimum lot sizes Which partially explains why you'll see larger homes than normal Plots need to be at least 165 square meters Sieht man aber auch von innen wie das aussieht Apartment cannot be built Nor can row houses With more Sieht man nicht Aaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Aaaaaaammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm Ich will irgendwelche Knaller. Oh, warte mal. We came across the most fashionable people in Tokyo and I'm asking them, what are you wearing? Like and subscribe and follow my Instagram at jessiojn. And let's go see what people are wearing. Alright. Oh, le. Drip. Drip. Mori Mori. 22歳. 同じく文化服装学院に通ってる Emily. 19歳です. 今日のファッションめちゃくちゃ個性的ですけど、上から下まで紹介してもらってもいいですか? 分かりました。 この帽子が一応コムデギャルソンで、これが今自分で製作しているクマのネックレスなんですけど、 あとパンツもちょっと剥がして、ここにピンクをちょっと入れて、 あとはこの手にするマフラーと... 手ですよね? 手にスタート。 お願いします。 おわり。 脆ですよね。 第1話なんですけど、何は好きな一応コムディエッグラスができるかもしれないです。 どのブランドの一応コムディエッグラスができるようにすると、 これ何回をやっていいのがどうかもしれないです。 どのブランドの1ピースができるかもしれないです。 どのブランドの一応コムディエッグラスはできるかもしれないです。 それからシャーリーとタイプで絶対することもできるように思い入れるかもしれないです。 Shirt is cool. Hoodie is cool. Bro, das ist legit acid trip. Oh mein Gott, schattest du den Augen weh. Holy. So hell. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist das. Oh, das ist legit drip. Oh, shit. Okay, das ist legit drip. Oh, das sieht so aus. Sieht so aus wie so ein Castlevania-Dude oder so. Geil. Oh, das ist das sch·lug. Etosha-Sky. Hitosh's guy. Zack will the sauce. Das sind diese Hosen aus GTA. Kennt ihr das? In GTA Online gibt's auch solche Hosen. Ihr wisst doch, ich meine, ne? Das haben immer die Kinder an, mit dem die Chrom Bugatti mit Donnerfelgen fahren. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. Ich verstehe nichts. What the fuck? Vintage Style? Ich bin Akane. Ich bin Freelance. Ich bin Portrait-Modell und Kreator. Ich bin in der Kursie. Das ist die Skottische Kild. Das ist die Skottische Kild. Sieht gut aus? Ja. Das ist eine Drepje, I guess. Das ist ein Drepje, ich glaube. Das ist ein Drepje. Das ist ein Drepje. Das ist ein Drepje, ich glaube. Das ist ein Drepje. Das ist ein Drepje. Das ist ein Drepje. Oh mein Gott. Das ist ein Drepje. Das ist ein Drepje. Drepje. Ja. Ich meine, das ist keiner cool. Aber das ist ein Drepje. Das ist ein Drepje. Ich meine, das ist keiner cool. Aber es ist ein bisschen zu hart für mich. Ich bin die Cyborg-Yuki. Das ist ein Drepje. Und er ist ein Cybertank-Kreator und der Model. Ich bin der Cyborg-Tey fruit. Ich bin der Cyborg-Teilbukler. Ja, ich bin der Cyborg-Teyn. Und die Cyborg-Teilbukler. Das ist auch an die Handmade. Das ist auch an die Handmade. Das ist ein Drepje. Das ist das Drepje. Ich mag bei so, ähm, das ist so diese 90s, so diese 90er Jahre Idee von Technik, dass, äh, das gab es in Japan ganz viel, dass so, ähm, dass Sachen nicht einfach nur so gerade Antennen und minimalistisch sind, sondern dass alles so ein bisschen so verziert hat und alles hat noch so eine andere Funktion, so an der Antenne ist da noch so ein Chip dran, an dem Headset ist nicht nur das, sondern das und das und das und das. Das, ne? Ich mag das. Das ist cool. Ich mag das. Ich glaube, ich bin an meiner Hunde auch. Lillbrow. Lillbrow am haten. Ich glaube, ich bin an der looks